Es ist wieder soweit. Die Leipziger Verkehrsbetriebe laden ein zum Senioren- und Behindertentag. Kommen Sie vorbei und erleben Sie den Fernsehstar Herbert Köfer. Jeder Besucher erhält einen Original-Köfer-Taler und eine Tasse Kaffee. Gratis. Blicken Sie hinter die Kulissen der LVB und kommen Sie mit uns ins Gespräch. Am 8. November von 10 bis 13 Uhr im Straßenbahnhof Angerbrücke. Wir freuen uns auf Sie.